Diese hier angebotene gepflegte Einzimmerwohnung ist ab September 2015 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Frankfurt-Nordend-Ost. Das Objekt befindet sich in der vierten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 20 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 615 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.